Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Folge Minecraft Adventure Wir haben uns mal wieder zusammen getroffen liebe Freunde und wollen heute ein paar Sprünge tun Sprünge? Sprünge? Ein paar Sprünge tun und zwar ist dabei der Sascha Hallo Stibi Hi Und Krüschi Moin moin Wir werden jetzt hier diese kleine Test-Your-Skill-Strecke machen Wer will anfangen? Komm Ganz blöde Frage, wie aktiviert man so das Jukebox? Du musst auf die... auf das Schild klicken Du brauchst hier unten an der Seite Ja Ach Krüschi Ja dann gucken wir mal ob ich das noch kann Was kann ich denn jetzt dafür ey? Ich nicht Naja Oh fuck Lange ist es her, lang lang ist es her Ja das ist wirklich lang her Also ich bin wirklich schlecht ne Ich muss erstmal hier wieder meinen Arbeitsplatz hinrichten Krüschi wie hieß denn nochmal die Map? Danke Parkour 3 irgendwas Warte ich kann's euch... Okay ich kann's doch nicht sein Ich hab's nämlich von mir auch schon geschlossen Oh fuck Das war irgendwas mit Paradise Oh jetzt erstmal Krüschi runterhauen Make me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty Nein Warum verkack ich diesen Sprung hier jetzt? Oh Gott ist ja gar nicht erneuend dass man hier ewig lang zurückschwimmen muss Ich... Nein Nein Ich hab den letzten Sprung verkackt Das fängt wieder an Leute Komm 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 Oh fuck it Ich bin durch Ich hab kein Bock mehr Nein Also ich bin durch Nice Lass uns aber mal bitte das Trollen minimieren okay? Ja Nicht dass wir nach 5 Minuten abgefuckt sind Kann man eigentlich inzwischen auch schneller schwimmen auf Steuerung? Das kommt mir so ein bisschen vor Ja Echt? Vielleicht hab ich auch tatsächlich Ach fuck Ich bin dafür dass Stevie auf jeden Fall nicht so einen Scheiß machen darf Ein Zwilliger Ein Zwilliger Oh come on ey Ich krieg den Scheiß dritten Sprung nicht hin Der ist hart Wie ihr seht bin ich am fliechen nur Ähm Sag mal was ist denn los hier? Wie ist das also wenn es 3 geschafft haben dann hat der letzte noch 3 Versuche oder wie? Ja Standardregel Okay Wenn du das wirst auch nochmal viel zu schwer haben Oh fuck it ey Fast tot aber sonst läufts Komm Sascha wir können das hier nicht unsere BGF Ehre so hängen lassen Ja ist halt echt so Tu mal was ey Du hast mich vorweg geschoben Haben wir Collision dann? Ja natürlich Das ist seit 1.10 oder sowas wieder drin Er hat mich da gerade gehauen Wie episch was ist das denn? Wie kann das das denn? Hey ich hab dich nicht gehauen ich stehe hier doch Ich hab Schaden gekriegt deswegen Du hast mich voll von dem Block runter geschoben ohne mich zu hauen Das habe ich mich gerade voll geändert Nein Pfff Oh fuck it Dieser Fehler ist übrigens seit der 1.11 dass man mit dem Firework sich hochboosten kann dabei Ach Leute kleiner Tipp wenn ihr schneller an euer Smash kommen wollt ihr könnt Bist du auch runtergefallen? Ja du Kommst du noch hoch? Ne du kommst nicht mehr hoch gell Wie geht das? Ne das geht nicht Sascha Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Du kannst keine 3 Dinger hoch springen Fuck Was versuchen sie denn? Sascha will da hoch springen jetzt wieder Och Gott hey wenn wir schon bei der Trial Strecke so abkacken Bin ich bis jetzt der 1? Diese Map soll 100 Level haben also wir sind eventuell so ein bisschen beschäftigt Bin ich bis jetzt der 1? Ja bist du Du spielst aber auch zur Zeit ein Minecraft Projekt 1! Genau Und da hab ich gesagt das ist kein Jump Bei mir ist nichts passiert oder ist gut Ja ich bin voll in dich reingesprungen und hab grad gedacht da Collision an ist schiebe ich dich jetzt voll weg Krischi Krischi schaff das schaff das Krischi spring schneller Sonst ess ich ne Wunde Ananas mit Vanillesoße Mach das Also geil Jetzt frisst der hier in der Aufnahme erstmal Und Alter ich bin so inkompetent Und Nein Ich hab den Couch nicht was du gedrückt Ich bin so inkompetent Verdammt Und Ja Nein Fuck Ich kann euch leider nur von hier zuschauen Warte mal wie ging das nochmal Wir haben keine OP Wir können das nicht Achso stimmt weil ich wollte ja jetzt kurz zurückfliegen Weil das ist halt echt ätzend immer hier zu schwimmen Es hat keiner bis auf Sascha OP Warte mal warte 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 Kannst du es mal schnell OP geben vielleicht Ja kann ich Kann ich Ja Ne lass mal ein Swarmpoint hier einfach setzen Aufstand Ja das ist ne gute Idee Weil dann kann ich euch auch zuschauen ohne hier oben rumzulangern deswegen Oh 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 lol Ich hab selbst keine Permission auf meinem Server Warte mal das muss ich mal ganz kurz aufs Screen machen Läuft Sascha läuft Beste Vorbereitung hier Ja guck man muss sagen es ist ein bisschen spontan gewesen das Projekt Das stimmt Aber wir haben ich hab mega Bock drauf muss ich ehrlich sagen ich freue mich Ich muss auch sagen ehrlich gesagt ich hab irgendwie bin ich gerade zu Komm schon Squall Komm schon Komm schon Einen Schnauze Ja Damit hast du die im Leitschwer Nice Wie kann ich die jetzt benutzen Wenn du jetzt springst doppelt Leertaste drücken Aber stopp Nimm noch ein Feuerwerk mit Weil dann kannst du dich damit hoch boosten jedes Mal Kannst du auch mehrere nehmen die bleiben immer in der Kiste Und wie kann ich triggern Und wie kann ich triggern Und wie kann ich triggern So zu Ich mach das jetzt Ich mach das jetzt Ich mach das jetzt Und Und Oh ich hab's gemacht Gott Alles klar ja ich versuch noch Befehle ja hin zu tippern Wie war nochmal Spawnpoint setzen Slash Spawnpoint Gibt's keine Meldung mehr dabei Nein Das ist ja mega krass Aber Kann ich jetzt fliegen Feel out of the world Ne Aber Ich bin aber nicht am Spawnpoint gespawnt wo ich ihn gesetzt habe Richi du kannst wenn du oben bist Bist du schon oben Ich fahr Ich fahr Ich fahr Achso du warst oben Dann kannst du fliegen Du musst wenn du springst musst du doppelt Leertaste drücken Oder so war's doch Stevie Ja Nein Ich muss ganz ehrlich sagen ich hab einfach wild auf meine Tastatur oben gehämmert oder auf rechtsklick gedrückt Okay mein erster Fail Was war denn die Adventure Map eigentlich Game Mode 2 Ja Weiter Fail Geht gut los Weil wir nichts hauen konnten war's Game Mode 2 Das macht Spaß mit diesem hochgebooster was Das ist toll Oh ja lol Ich bin mal kurz AFK In der Aufnahme Spitz Ja äh So guck mal Sascha zu hier Oh macht das Übrigens kann keine Musik anfällt mir grade auf Aber das ist ja scheinbar diese Map ja ähm Musik hat ja so sauf aus Oder man legt natürlich Nein Oh Sascha das war zu schnell Da verfehlen wir drei schon Alles klar das war's Sascha hat den Auftrag nicht geschafft Er kann ja nochmal kurz Squad ist kurz ja weg Er kann ja ruhig nochmal machen Stimmt Na das kann man aus der Kraft gesetzt Ich will ja aber gern wissen warum mein Spawnpoint nicht funktioniert Nee er setzt ihn bei mir nicht Hatte das vielleicht deaktiviert Wie kannst du auch mal testen Äh ich frag mich wie er das hingekriegt hat dass das nicht ähm Text steht Was ist los Oh Gott So da bin ich wieder Alles klar Und wie sieht das wie weit bist du Ja ich hab schon mal ne drei Fehler Ja ok und wohin müssen wir jetzt Wie wärs mit durch das Nether Portal Da wo steht play the game Ja mein Spawnpoint hat er auch nicht gell Ok dann abmal hier durch Aua Bin einfach durchgeflogen Ey diese komische Raketen werden aber nicht zum Cheaten benutzt Ich find wir müssen gleich nochmal alles wegwerfen Ja auf jeden Fall So rein ist es ender Oh lol ja What the fuck Bei mir passiert ne Cutscene gerade Incomporation mit Bakers Sub ins Guardian Ja auch Ok lol Hier gibt es eins Oh Finde ich eigentlich nicht schlecht oder? Boah ich hoffe mal die Musik äh verursacht nicht Poly oder irgendwann Ach glaube ich nicht Ja auch Aber wir können ja ein bisschen drüber reden Ich find es ehrlich gesagt geil dass man eine Cutscene zu einer Adventure Map macht Wenn ich ehrlich bin Die Musik ist so laut Ja es ist schon so ein bisschen Alter Oh mein Gott Warte mal aufschluss Wie ist das? Ist das Ingame Musik? Ja Das gilt nicht als Musik Das gilt nicht als Musik Er ist vom Master Volume auf 5% runter Alter Oh Gott Oh da steht was ich kann es nicht lesen Parcours Paradise 3 Ah jetzt wissen wir auch wie die Map heißt Parcours Paradise 3 liebe Freunde Ich sag doch irgendwas in Parcours 3 Parcours Paradise 3 Und ähm ja Leute dabei sind wie gesagt Sascha Der fliegt vom Himmel runter Oh Gott ich fliege auch runter Wir fliegen alle runter Was ist die Musik jetzt standardmäßig so laut hier an? Weiß ich nicht Ich frag mich ab Alter was ist mit der Musik Ey ich mach gleich die gesamte Musik für dieses Spiel aus Holy Shit Also jetzt wissen Jetzt ist okay Geht die Musik nicht irgendwann mal jetzt aus? Scheinbar nichts Ich mach jetzt Ich mach die Musik jetzt Was die wird gerade mal mehr leise Ne Ne wird sie nicht Und bei mir ist das Ende Ich mach sie aus Leute Ich mach mal mein Master Volume auf 1% Damit man im Hintergrund vielleicht immer ein bisschen Musik hören kann Leute sie ist weg Aber welcher Shit ist denn das? Sie ist weg Ja Sie ist weg Wo seid ihr? Ich bin schon im zweiten Hier unten neben dir Wo ist sie der Stau für dieses Level? Die Bench Also ich bin dafür Wir warten aber auch immer am Ende eines Levels Ja Ich hab Stevie ist schon Level 2 durchfasst Nein ich bin nur hier unten Bei Lava Ja warte doch Stevie wir warten wieder bei jedem Spot Und ich denke dadurch dass die Level so klein sind Ist es auch nicht das Ja was mach ich denn jetzt? Ich bin schon hier unten Ja dann bleibst du da halt stehen kurz Oder gehst in Game Mode und kommst zurück geflogen Ja gell Hallo Krish Hallo Krish Ist aber hier auf jeden Fall runter Sascha gell? Ja Lauf mal runter Weil wir können hier Ein Fehler Wie sieht es mit Krishy aus? Ja deswegen Nein das war der laufende Versuch Jetzt hat er 3 Versuche Warte genau richtig jetzt hab ich 3 Versuche Ich sehe übrigens dass wir schon gleich 11 Minuten haben Ja das ist doch furcht Und die Krishy spring mit Shift in diese Lücken rein Ja auf jeden Fall Okay Warum steht eigentlich nur bei mir dass ich in Level 2 bin und bei euch Level 1 Weil ich noch nicht reingelaufen Fliegt ihr gerade oder was? Ne ich bin auch nicht reingelaufen Ja aber ich 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 bin gerade ich bin gerade auf der Mauer drauf Bin auf der Mauer auf der Mauer Was? Okay dann Bist du durch Krishy? Ja ist er Loll Gut Alles klar Moment ich muss runter Welches ist nochmal der Adventure Mode? 2 Game Mode 2 Okay 1 ist normaler Game Mode Äh und wohin müssen wir? Ach hier springt er hinten schon rum Loll Loll Leute Ja wisst ihr was ihr gemacht habt Ihr habt Ich kann es euch sagen Ihr habt oben habt ihr das Ding aktiviert die Ach Leute ich sterbe Warum fliege ich? Nein nein ich sterbe Nein nein ich sterbe Aber das ist glaube ich nicht zwingend verkehrt Ah ja oben ist jetzt der Kamin ausgegangen Jetzt komm hier hoch Ja richtig da bin ich gerade entlang gegangen Aber ich will halt wenigstens alles zeigen Weil ja Das konnten wir ja nicht an was das passiert Ich hab noch nen Brand-Effekt Alles gut Ich hab nen nervigen Brand-Effekt Ah ok Ich seh den aber nicht dass du den Ich kenn mich nochmal Er ist immer noch da Dann willst du mich verarschen Ah ja hier Dann hast du nen interessanten Bug Weil den hab ich nicht Weil die gesehen So jetzt ist er weg So also mal hier hochklettern Und dann hier durch die Base Gut Äh runter hätte ich mal gesagt It's all about the base Ah sorry Oh was ist denn da oben? Erfahrung oder wat? Ach lol Ich wollte jetzt gerade auf dem Hausdach Auf den Baum da springen Ah ne so ist es Das ist auch immer so wieder So einfach hier Was ist das? Ey ich denk das wird noch schwieriger Bei mir ruck Das ist erfahrvoll Ach du Scheiße Es gibt doch Effekte inzwischen Leute So animierte Effekte Das ist einfach nur ein animierter Effekt Boing 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 Jawohl alter Ah du meinst das da? Was ist das? Den sollte man glaube ich sogar auch nehmen So wie es aussieht Sieht bisschen aus wie Erfahrung aber Nein nein Du kriegst Du kriegst Jump-Boost dabei Oh aber nur ne bestimmte Zeit Ja Jo ich check's Das macht mich mega Oh nein da geht's runter Oh nein da geht's runter Oh nein da geht's runter auch cool Ehobs Ich bin einen Schritt zu weit Fuck Genau vor dem Loch runter gesauselt Ach Ja das macht Stevie öfters Das heißt dass ihm vor dem Loch die Puste ausgeht Ja Immer vor dem Loch runter sauseln Und dann schlägt er immer die anderen Obwohl die nichts dafür können Ja das ist dann halt reine Selbstfrustration ne Ja das ist halt echt so Und ich finde wir machen auch wenn man Ach kacke jetzt hab ich aufs Loch verfehlt Ähm man könnte jetzt hier theoretisch auf diesen weißen Rahmen springen Aber ich finde jetzt wird das nicht geschafft Und durchs geschafft Aber wie's aussieht Ich hab mich jetzt voll so beobachtet ey Und Ich hab das Ja Jawohl Okay Wo geht das hier weiter Ich weiß es nicht Achso Hier ist auch noch so ein um die Ecke Spring Sprung oder Spring Sprung Aber wir müssen da hinten Achso okay ich verstehe Wo ist der Hast du einen Anfang gefunden? Ja es gibt keinen wirklichen Anfang Du musst nur von hoch oben springen Ähm Ja Ich will mal was testen Ich will mal was testen Leute Ich glaub nämlich nicht dass wir von Da kommst du nicht hoch Ähh Da kommst du nicht hoch wegen dem Ich hab gedacht in der Höhle vielleicht Komm wir können auch nicht so blind und blöd sein ey Hier ist der Dings Ach Leute ich hab's Ja und zwar Ich denk zumindest dass ich's hab Ja wo kommst du denn hoch genug für die Slime Blocks Ach verdammt Reicht noch nicht ganz Komm wir denn da oben ey Alter das ist das Spiel Ist so scheißleise bei mir Ich hör überhaupt nichts mehr Bestimmt hör ich auch nicht mehr Moment Ja das ist wenn ihr Sooo Ja Ja also der hier ist auf jeden Fall nicht machbar Ja das bringt ja nichts äh Sascha Äh Ist einer von denen hier machbar Leute? Machbar hier Wie bist du da hochgekommen Krischi? Ach kacke Krischi! Ja? Sag an da Sag an da Mach doch mal ein bisschen um Ach lol okay ich hab's Aber ich weiß noch nicht was das hilft Jetzt in der Höhle kommt man hoch Ja Wow Was? Und wir laufen hier die ganze Zeit noch nicht Ey Krischi ist doch ganz klar was das bringt Na? Guck mal da oben Laufen doch hier Guck mal rechts Was da entlang läuft Ja Ja Geh mal kurz einen Schritt zur Seite Oder willst du jetzt springen? Komm spring nur mal Probier mal probier mal Ja dann dürfte ich kurz mal Nein! Das war doch Farbiger Halt Jetzt ist nur die Frage ist nach oben hin Ist nach oben hin das Ding? Ne Nein das ist Sascha du Mongo ey Spring mir doch nicht in der Vision rum du Sack gerade Komm weit Doch Oh Geschafft Mein Gott dieser Typ hey Leute Mein Gott dieser Ach der hat bei mir nicht Ja muss auch drauf landen Hab ich vielleicht Ja scheinbar ja nicht Ey Ah das ist so ein gras dackelter Typ Komm nur hier Alter Du bist Eiskalt runter geschlagen hier Ja warte mal Komm her Auf den Baum rauf Ja die Frage war gar Bist du von oben gesprungen oder von 1 2 3 rechts? Weiß ich grad nicht mehr Tatsächlich nicht Oh fuck Oh Alles klar Ich bin wohl irgendwie kurzzeitig ein bisschen aufgekommen Komm nicht auf den blauen Baum rauf Da Ich bin drauf aber irgendwie fanden die bei mir nicht Du darfst dich glaube ich nicht groß bewegen wenn du auf denen landest Oder wie ist das Darf ich dann eine Leertaste Die Leertaste gedrückt halten? Nein Nö Oh Alles klar Level 3 Ne Level 4 Wir verkaufen schon Völlig überfordert Wie lange haben wir keine Leertaste gespielt? Ja 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 Wenn ich die ganze Zeit den Fehler nicht gemacht hätte mit der Leertaste drin zu lassen Dann So wie macht ihr den Sprung hier? Einfach sprinten und aufspringen Dann lassen wir mal wieder die schöne Sicht von Kräger von von Ich glaub ich hab die Squall-Sicht drin sowieso aussieht So Kann ich das Mal kurz Okay alles Komm da mach Du da Und jetzt auf den Slime-Block springen und nicht dabei springen Ja 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 Sehr gut Hast du's? Nicht dabei springen Nicht in der Leertaste dabei festhalten Ich hatte sie noch gedrückt aus Instinkter Sorry Drei Versuche jetzt noch Stimmt Ah Frischis Sicht wieder Ja Meine Hochspanne Klingt herum Klingt ihr von ganz oben? Ich Scroll war von da geb´n X6 Ja genau Ich hab den genau Mal Leer Tasten solltest du drücken Jetzt-forthes ja gar nicht Also jetzt ich bin von ganz oben gesprungen Leute hatte ich aber erst gar nicht aber ich denke der eine block wird nicht unterschied machen ich glaube das sollte so recht easy machbar sein weiter machbar soll zeit nach zwei na ja richtig er ist im spectator boot in krischi drin nein nicht mehr deswegen fahr ich das ist irgendwie pervers wenn du mich sehen willst werde er fliegt nämlich durch die gegner umfragt was ist das für ein raum ich jetzt auch da oben rechts so bitteschön ja ja er hat sich mal hingepinkt wie sonst was bei mir hat es aber auch geleckt ach so ist die folge schon vorbei ja liebe leute das war doch mal wieder eine wunderschöne anfang ich bedanke mich herzlich zuschauen guckt bei den anderen vorbei und ja haut rein leute